Musik Schuss, Tor, Kötzdorfer, 3-0 Hat er gut gesehen, Brimanez trifft 4-1 Und der Puck ist draußen Und Handelhofer steht im Halbfinale Kater, in der Mitte, Gotsch und die Scheibe ist im Tor Klaas Kater, was macht ab zum Tor Aufschuss kommt Ben Kotschon, 2-4 Das Spiel, es rockt hier richtig Drei, legt die Scheibe ein, Sascha Kotsch Nur noch 3-4 Kidoschitzki im Tor Röckberger ist zur Stelle Drei Minuten vor dem Ende, 4-4 der Ausgleich Kotsch bietet sich an Und macht das Tor 1,97 Euro, Hannover im Finale Sascha Kotsch Und Tor Sascha Kotsch Kidoschitzki, 2-5-Situation Kidoschitzki drüben Röckberger Hannover führt 2-0 Und es ist wieder Chris Hörpöger Der auch im dritten Finale trifft Die letzten zwei Minuten Augsburg wehrt sich in Unterzahl Aber Dolak, Dolak Es ist wieder Dolak Es ist wieder Dolak, der den Treffer bracht 3-2 Dolak Dolak Ficci gegen Boos Beim Bulli Fox Boos gewinnt Und trifft ins Tor Und hier der Boos Bulli-Tor Hier gibt es das denn Und die letzten 10 Sekunden Und jetzt kann er doch jubeln Hannover ist deutscher Meister Die Hannover Skoplands Gewöne mit drei Spielen Drehst du wieder als guter Panzer Sind zum ersten Mal deutscher Meister Und jetzt heißt es In deutscher Meisterung gewöhnt die Skoplands 3 zu 1 3 zu 2 4 zu 2 4 zu 1 Untertitelung des ZDF, 2020